Liebe Soesterinnen und Soester, ich möchte mich heute mit zwei Themen bei Ihnen melden und über Video mit Ihnen in Kontakt treten. Das erste Thema ist das Stadtfest, was wir von Donnerstag bis Sonntag in so wunderbarer Art und Weise gefeiert haben. Ich möchte an dieser Stelle einfach Dankeschön sagen für alle diejenigen, die das Stadtfest vorbereitet haben, die mitgewirkt haben. Das waren nämlich ganz, ganz viele Menschen, die tatkräftig zusammengestanden haben, damit wir solch eine schöne Feier hatten. Es war am Donnerstag eine tolle, lange Nacht der Kulturen. Man hatte schon das Gefühl, dass auch diese besondere Stimmung unserer Stadt dann auch deutlich wurde. Wir haben am Samstag wunderbar, so schmeckt buntes, miteinander auch gehabt. Und gestern der Dach des Sportes war auch herausragend. Und dazu das ganze Programm für die ganze Bevölkerung, für die Kinder, für die Erwachsene, für alle. Und insofern haben wir das Konzept, ein Fest für alle, von allen, dann auch umsetzen können. Darauf bin ich sehr stolz, gerade in den Zeiten, in denen wir uns im Moment bewegen. Und ich hoffe, dass diese tollen Tage auch dazu führen, dass sie auch dann in der Stadtgesellschaft dann auch weiter nachschwingen und wir dann auch den Rest des Jahres und auch in der Zukunft davon auch dann zehren können. In diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, an alle Beteiligten und natürlich an Sie alle, die Sie gekommen sind, mitgemacht haben und diesen Tage zu einem so wunderbaren Erlebnis gebracht haben. Und nun zum persönlichen Teil der heutigen Videobotschaft. Sie haben mich in den letzten Wochen immer wieder gefragt, trittst du erneut an für die Wahl oder machst du nicht weiter? Ich habe mich nun nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, nicht erneut als Bürgermeister im nächsten Jahr zu kandidieren. Ich bin im nächsten Jahr fast 30 Jahre in dieser Stadt tätig, zunächst als erster Beigeordneter, als ich einstimmig durch den Rat gewählt worden bin und seit 1999, seitdem schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Darauf bin ich stolz und dafür bin ich auch sehr dankbar und deswegen ist Soß für mich eine Herzensangelegenheit. Ich bin mit Leidenschaft hier tätig und werde das auch bis Ende Oktober des nächsten Jahres tun. Natürlich jetzt nochmal jeden Tag ganz besonders dann auch mit Dank ins Rathaus und in die Stadt zu gehen. Ich danke Ihnen allen, die Sie mich mitgetragen haben, aber ich danke auch denjenigen, die das eine oder andere durchaus kritisch gesehen haben, denn wir leben ja schließlich in einer Demokratie und da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Das ist sicherlich das Gute an einer Demokratie. Ich bin und freue mich jetzt auf die nächsten Monate und freue mich auf unsere Begegnungen und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Woche.